Gästchen und Niederöse Hallo zusammen! Dieses Jahr werden wir vom Gästchen Film Festival einen Live-Übertrag machen auf dem Internet mit diesem wunderbaren Equipment. Und wir haben uns überlegt, bevor wir das überheben machen, gehen wir immer noch in die Stadt und schauen mal, wer das Festival so kennt. Und die Umfrage spiele ich jetzt mal kurz ab. Könnst du das Gassle Filmfestival? Äh, nein. Entschuldigung, kennt ihr das Gassle Filmfestival? Nein, kann ich auch nicht. Wir sind nicht von hier, ich kann es nicht sagen, ich kenne das gar nicht. Kenne ich nicht, das Gassle Filmfestival in Basel? Nein. Nicht? Hey, sorry, kennt ihr das Gassle Filmfestival? Nein. Ah ja, Baufürsternplatz. Sind sie schon mal da gewesen? Noch nie. Darf ich euch mal vorgestellt? Kennen Sie das Gassle Filmfestival? Was, welches? Das Gassle Filmfestival? Nein, das kenne ich nicht. Ja, das kenne ich, aber das ist nicht so meine Richtung. Und du hast es schon mal gehört vom Gassle Filmfestival? Ah, schon, Kind. Ich kenne es. Du kennst es? Ein Kollege von mir hat selber mitgemacht. Ah, aber wer war das denn? Camillo Galdi. So populär wie unser Festival ist es nicht in Basel. Ich bin echt überrascht, dass es alle kennen. Schön, laut, bunt, farbig. Nicht stürzen Sie oft aus. Party läuft aus. Party läuft sehr viel. Es ist viel Party. Okay. Ja, ich bin eben nicht das Basel. Und dann wäre das so ein tolles Erlebnis, das mal was anderes zu sehen. Ja, ich komme da manchmal hin mit meinem Opa. Es kostet, das ist die Uhr. Ähm, lecker, das Essen ist gut. Und vielleicht ein bisschen leicht, ja, ein bisschen gewalttätig ein bisschen. Ja, einfach super, genial, guter Film, gute Stimmung, ja, einfach gut. Ja, es ist ein bisschen wild, ein bisschen schrill, meistens dreckig, weil es immer regnet dort. Matschig, schlammig, aber unterhaltsam, ja. Es hat einfach so viele verschiedene Leute. Äh, alt, jung, komisch, äh, normal. Und, und alle vergnügen sich irgendwie. Und es ist knallvoll und man wird nicht bedrängt. Also das finde ich lässig. Äh, das beste war, das war etwa, glaube ich, vor 20 Jahren, wo es, äh, äh, wo es zum ersten Mal aufgeführt worden ist, den Film, den ich dort gesehen habe. Also ich bin selber überrascht gewesen, wie viele das Festival in Basel kennen. Ein super Zeichen. Wir werden also definitiv live streamen. Und das vom 20. bis 26. August im Gäbergesel sind wir in Basel. We'll see you there. Cheers. Tschuldigung, catch you there. FCB. Ah, 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 ah. Die gibt's gern ein Interview.